Schiff Ahoi! Schiff Ahoi! Schön! Ich vermisse euch auch. Jetzt bin ich schon so lange nicht mehr zu euch gekommen. Darum habe ich gedacht, wenn ich nicht zu euch kommen darf, dann kommt ihr zu mir nach Hause. Hier, auf mein Schiff. Gefallt es euch? Danke. Es ist natürlich nicht ein richtiges Schiff, das sehe ich auch. Aber es macht Spass. Würdet ihr mal gerne mitkommen auf mein Schiff? Gut. Aber da muss ich sicher sein, dass ihr schwimmen könnt. Und zwar alle. Die Kleinen und die Grossen. Da machen wir jetzt einen Schwimmkurs. Schön. Sind wir bereit? Dann holen wir tief Luft und schwimmen miteinander. Achtung. Fertig. Los. Und auf der Seite. Und auf der Seite. Und taugen. Bravo. Schön habt ihr das gemacht. Ihr dürft alle mit mir auf mein Schiff. Und jeder Schiff und jeder Kapitän hat ein Schiffsorchester. Mhm. Darum habe ich gedacht. Mhm. Wir könnten ja miteinander singen. Dann könnten wir zusammen ein Schiffsorchester gründen auf meinem Schiff. Ist gut? Ihr dürft gerade mitsingen. Das Lied, das kennt ihr. Sieben Kugel und die Soi. Die Kleinen und die Grossen dürft ihr mitmachen. Sieben Kugeln und die Soi. Sieben Kugeln und die Soi. Sieben Kugeln und die Soi. Sticken aneinander an dem Heu. Alle die grunzen. Alle die schmerzen. Und aneinander am Rücken kratzen. Äh ... Oh! Ihr seid ja gar nicht bei mir. Es kann gar niemand meinen Rücken kratzen. Das muss ich halt selber machen. Geht gerade weiter ... ... Auf das Mal kommt ein Gäleloi zu der Sieben-Säuleis-Oi. Säulei fragt, willst du uns fassen? Oder hast du schon zu Mittag gegessen? M-Za, m-Za, m-Za-Ha, 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 m-Za-Ha. Alle beginnen zu grunzen. Ch-ch-ch. Äh ... Noch mal. Ch-ch-ch. Genau. Auch du da hinten. Schön. Alle gehen schmatzen. Ja, bitte noch mal. Und du auch wieder. Gut. ... 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 Jetzt kommt der Läu an lachen, ha, 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 ha! Ich bin doch kein Soi, die Drache, ich leck durch noch ein bisschen bei euch sein, noch ein bisschen Läu in dem Heu. Alle miteinander! M-Za, 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 ha, m-Za, 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 ha! Alle kranzen, alle schmerzen und einander am Rücken kratzen. Alle kranzen, alle schmerzen und einander am Rücken kratzen. Juhu, ha, ha, das kützelt! Tschau zusammen! Bis zum nächsten Mal! Dann gehen wir weiter mit dem Schiff. Tschau! Schiffforum- huhu!